Moin Leute, Muitzi hier. Im heutigen Video schauen wir uns alle bekannten und vermutlichen Legenden und Waffenänderungen für Season 13 an. Da Newcastle ins Spiel kommt, sollte es auch einige andere Änderungen an Legenden geben und hier speziell an den Defensiven, da sie sonst weniger nützlich sein werden. Wie dem auch sei, beginnen wir bei den Änderungen für das Care-Paket und den Replikator. Im neuesten Trailer für Season 13 konnte man die Spitfire ohne Aufsätze sehen, was bedeutet, dass sie auf jeden Fall aus dem Care-Paket kommen sollte. Ich weiß, das wussten wir eigentlich schon, aber das ist nochmal eine mehr oder weniger offizielle Bestätigung. Die Spitfire wird dann sicherlich noch ein paar Nerfs auf zum Beispiel den Schaden, die Magazinkröße oder die Feuerrate bekommen, weil sie sonst halt einfach viel zu stark wäre. Vielleicht wird sie einfach wieder so genervt, wie sie damals, bevor sie ins Care-Paket gegangen ist, war. Welche Waffe für die Spitfire ins Care-Paket gehen wird, ist leider nicht bekannt, aber ich denke da aktuell noch am ehesten an die Havoc oder an die Wingman, da sie auch beide noch nicht im Care-Paket waren. Ich dachte erst, dass es die Wampage oder die R301 trifft, aber diese beiden Waffen werden in Season 13 im Replikator und nicht im Bodenloot sein. Dafür gehen die Longbow und die Flatline natürlich wieder zurück in den Bodenloot. By the way, gibt es in den Dateien immer noch kein Zeichen für eine neue Waffe, was immer noch bedeutet, dass wir die Nemesis oder auch irgendeine andere Waffe höchstwahrscheinlich nicht bekommen werden, sondern ohne eine neue Waffe in Season 13 starten werden. Was dafür neu kommen könnte, wäre vielleicht eine neue Anpassung, denn dort gab es in letzter Zeit ja einige neue Leaks zu. Welche Anpassung kommen könnte, kann ich euch nicht sagen, also müssen wir uns auf jeden Fall noch ein wenig gedulden. Jetzt kommen wir zu den Legendenänderungen, wo wir auch sowohl sichere als auch vermutliche Änderungen haben. Als erstes eine sichere Änderung, da sie von Tructill in den Dateien gefunden wurde, und zwar für Wampart. Wamparts Barrikaden werden in allen Gebieten einfach ein wenig gebufft, was sicher aufgrund von der neuen Legende Newcastle passiert, da er mit seinen Fähigkeiten ja auch Wände bzw. Deckungen hat und Wamparts Pickrate ja auch sowieso schon extrem niedrig ist. Wie dem auch sei, wird das Leben während des Aufbaus vergrößert und die Aufbaugeschwindigkeit rundum verkürzt. Sehr wahrscheinlich wird dieser Buff auch schon zum Season-Start kommen, da Newcastle ja logischerweise auch zum Season-Start kommt. Die nächste Legende, die vermeintlich eine Überarbeitung bekommen wird, ist Gibraltar. Newcastle macht Gibraltar durch seine ganzen Wände und seine passive Wiederbelebung natürlich auch gute Konkurrenz und außerdem war bei Gibraltar ja schon länger eine Überarbeitung geplant. Was da genau kommt, kann man auch nur raten, aber ich denke mal, dass es wenn dann nichts Besonderes oder Großes sein wird, sondern nur 1-2 Kleinigkeiten. Als nächstes haben wir noch eine Änderung für Lifeline, die nicht ganz sicher ist, aber eigentlich auf jeden Fall kommen sollte, da Lifeline sonst wahrscheinlich nutzlos werden würde bzw. keiner mehr mit ihr spielen würde. Was genau bei Lifeline geändert wird, ist nicht ganz bekannt. Das einzige Zeichen ist dieser Leak hier für Season 13, auf dem man Geschosse an der Drohne erkennen kann. Das könnte bedeuten, dass die Drohne vielleicht auch ein wenig auf die Gegner feuert, dabei würde sie aber sicherlich nicht ganz so viel Schaden machen. Lifeline wird aber sicherlich auch noch eine Überarbeitung für ihre passive Fähigkeit der Wiederbelebung bekommen, da Newcastles Wiederbelebung mit dem Wiederbelebungsschild und dem Wegziehen beim Wiederbeleben sicherlich um Ecken besser sein wird. Was hier genau kommt, ist auch noch nicht ganz bekannt, aber es könnte natürlich sein, dass es wie damals mit dem Wiederbelebungsschild war, gemacht wird. Zuletzt wird wahrscheinlich auch noch ihre ultimative Fähigkeit überarbeitet. Ganz sicher ist das aber nicht, denn es kommt ganz darauf an, ob die geleakten Smart Loot Bins rauskommen werden. Wir wissen nämlich, dass die Smart Loot Bins Loot geben, welchen man aktuell braucht und bei Lifelines Ulti ist es ja genauso, also würde ihre Ulti mehr oder weniger unnötig werden. Lifeline wird also voraussichtlich sogar einen sehr umfangreichen Rework, wobei sogar alle Fähigkeiten überarbeitet werden könnten, bekommen. So, und das waren soweit eigentlich auch schon wieder alle vermutlichen und sicheren Legenden und Waffenänderungen für Season 13. Es kann selbstverständlich auch sein, dass noch die ein oder andere Änderung dazu kommt, aber das hier waren soweit alle Änderungen, die auf der Hand liegen oder sicher sind. Lasst dem Video sehr gerne noch eine Bewertung da und schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Änderungen in die Kommentare. Speziell, was ihr davon haltet, dass die Spitfire zurückkommt und die R301 und die Wampage in den Replikator gehen, das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Aber gut, danke fürs zu Ende schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.